Matthäus zieht rote Linie, jeder kann sich sein Bild machen. Der Streit zwischen Bayern-Trainer Thomas Tuchel und Lothar Matthäus sorgte am Wochenende für großes Gesprächsthema. Am Ende redeten die wenigsten über den 4-0-Sieg des FC Bayern München über Borussia Dortmund. Laut Messio ist das vorbei. Die sportliche Leistung seiner Mannschaft übertraf letztlich die von Bayern-Trainer Thomas Tuchel. Nach dem Spiel lieferten sich Experte Lothar Matthäus und Moderator Sebastian Herrmann im Live-TV auf Sky ein Wortgefecht. Hintergrund war die Kritik, Matthäus und Sky-Kollege Didi Hamann hätten im Bayern-Spiel den Ausgleich erzielt. Wenn es nach Messio ginge, wurde der Streit zwei Tage später endgültig beigelegt. Die Sache ist für mich vergessen in seiner Kolumne für Sky schrieb Matthäus nun, die Sache vom Samstag ist für mich vergessen, auch für meinen Arbeitgeber Sky. Es gibt kein Nachpultern und kein Nachhaken, kein Draufhauen und kein Beleidigtsein. Tuchel habe lediglich auf seine Aussagen reagiert. Ob das richtig oder falsch gewesen sei, sollten anderen beurteilen. Jeder kann sich sein Bild machen, so Matthäus. Matthäus, über Sieg wurde zu wenig gesprochen. Kritik gehöre zum Fußball nun mal dazu. Thomas Tuchel gibt auf jeden Fall sein Bestes. Niemand verliert gern und Thomas ist erfolgsorientiert. Interviews zufolge lief es nicht immer wie geplant. Es ist genau so, wie sich der FC Bayern und Tuchel es vorgestellt haben, so Matthäus weiter. Matthäus bekräftigte, dass seine Einschätzung nach dem Spiel in Dortmund ausschließlich positiv sei und die Leistung der Bayern aufgrund des Streits stark unterschätzt werde. Über diesen tollen Sieg und das beste Spiel des FC Bayern in dieser Saison wird bis heute sehr wenig gesprochen. Die Mannschaft und die Spieler tun mir leid, aber ihnen gebührt die volle Anerkennung für ihre großartige Leistung. Denn sie war es. Solche Spiele sollten wir öfter erwarten. Der deutsche Rekord-Nationalspieler begründete seine Kritik noch einmal damit, dass die Messlatte beim FC Bayern sehr hoch gelegt worden sei und dass unter Tuchel nicht unbedingt alles anders gewesen sei als zuvor. In einigen Spielen, etwa gegen Mainz, gegen Kopenhagen und gegen Istanbul, haben wir nicht die Dominanz. Die Leichtigkeit, den Spielspaß, die Kompaktheit gesehen, die wir am Samstag gegen Dortmund hatten. Vor allem die Offensivlinie bringt alle nötigen Qualitäten mit. Wenn der FC Bayern dem Trainer solche Spieler zur Verfügung stellt, muss man damit rechnen, dass Spiele wie am Samstag öfter stattfinden. Auch wenn nicht alle Wünsche des Trainers in Erfüllung gehen.